Hallo und willkommen zum Shadows of Evil Rocket Shield Tutorial. Für dieses Rocket Shield braucht ihr drei Teile. Das mittlere findet ihr im Kainel District hier oben in diesem Haus, auf der Brücke oder in diesem Raum danach. Den zweiten Part findet ihr im Waterfront District. Entweder hier draußen, hier drinnen, wo Kajaka noch in der Nähe steht und bei mir ist es wirklich hier links neben dem Fenster oder im nächsten Raum wird es auch hier links hinten in der Ecke stehen können. Das dritte Teil ist dann im Footlight District, zumindest auf dem Weg dorthin. Entweder ist es hier draußen auf dieser Veranda oder, also wie bei mir zumindest, oder dann hier links auf diesem Hocker kann das obere Teil vom Schild auch stehen. Danach geht ihr einfach zu irgendeinem Tisch hin und baut es dort zusammen. Das Schild könnt ihr nehmen, es schützt euch, wenn es auf dem Rücken ist oder wenn ihr es vor euch habt, schützt euch von vorne. Damit könnt ihr schlagen oder auch den Rocket Boost benutzen. Diesen Rocket Boost könnt ihr aber nur dreimal benutzen. Dann seht ihr rechts unten steht jetzt nur noch eine 2 da. Diese könnt ihr aber wieder aufladen, indem ihr entweder diese Boost-Klaschen in diesen Pots hier findet oder irgendwo auf die Gerade verteilt. Und dann seht ihr euch, wenn ihr euch habt, schützt euch, schützt euch, schützt euch, schützt euch, schützt euch.